diesen bericht präsentiert euch liquid molly gut geschmiert in der gesamten mobilität schmierstoffe motoröle getriebeöle hydrauliköle additive vitamine für den motor fahrzeugpflege für die schönheit eurer mobilität für werkstätten reparaturen und fahrzeugliebhaber vom oldtimer bist du nicht freund bestens geschmiert läuft gut und lang liquid molly so 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bruna, die dritte Veranstaltung von MySportMyStory und dein zweiter Sieg. Ja, einfach nur eine coole Veranstaltung heute und danke auch an MSC Möggas, dass dir das alles herstellt und so. Ja, leider ist der Maurer ist geflogen beim Sprung und dann, ja. Aber ein tolles Rennen von dir, Bruna. Gratulation. Alles Gute. Ja, Luis, B4, B3 hast du gehabt und dann in der letzten Runde geflogen. Was war? Ja, ich habe mich noch richtig anstrengt und ich wollte Tobias als den zweiten Platzen überholen, weil ich richtig nah dran war. Ich bin in der letzten Kurve noch ausgerutscht. Ein tolles Rennen, Gratulation. Alles Gute. Ja, Tobias, lang geführt und was war dann? Naja, der Maurice, ich habe mich in einer Kurve unten verschaut und da hat mich der Maurice halt geschnappt. Aber schade unten, Blat, also wegen Maurice. Also, der ist unten, der da irgendwo gestürzt. Jetzt gibt es noch ein zweites Rennen. Alles Gute. Danke. Maurice, das Training war super toll von dir. Dann der Start. Was war dann? Erzähl einmal. Ja, mein Papa hat einmal gesagt, wenn man im zweiten Gang startet und die Koppelung langsam loslaut und Gas geht, dann tut sich viel schneller weg. Aber ich habe gedacht, ich habe an den zweiten Gang, den ich an den ersten Gang, den könnte eine Koppelung langsam loslaufen. Darum bin ich in einem schlechten Start. Also, das heißt jetzt, für den zweiten Lauf, was machen wir da? Gewinnen. Gewinnen, auf alle Fälle. Aber das Rennen war ja super toll von dir bis zu deinem Sturz. Ja, der Sturz war blöd. Der Fuß hat es mir weggegangen und dann ist das Motorrad halt schon runtergegangen. Und ich bin in der Luft und dann hat es mir den anderen Fuß oben und dann hat es mir halt den Boden vollgeschlagen. Es war blöd. Aber jetzt heißt es richtig angreifen im zweiten Lauf dann. Ja, voll. Dann wünschen wir alles Gute. Danke.